Ich setzte mich an meinen Schreibtisch und zeichnete auf ein Blatt Papier einige Linien, ein paar Namen und ein paar Pfeile. Eine halbe Stunde später hatte ich das, was man einen roten Faden nennt, gefunden. Ich packte ihn ein und besuchte das junge Paar. Die Frau kam gerade mit einem schweren Koffer aus der Wohnung. Der Innenarchitekt, der sich als Gärtner versucht hatte, folgte ihr mit einem noch schwereren Koffer. Hm, sieh schon wieder. Sie sind nicht vom Fernsehen, oder? Zum ersten Mal haben sie richtig geraten. Wer ist das? Kennst du den Typen? Ich bin der blinde Onkel aus Kanada. Was soll das? Scheiße! Was hast du ihm erzählt? Nichts los, lass uns abhauen. Ja, ich mach mal ihre Handtasche anschauen. Hübsches Ding. Bleiben Sie da und sind keinen Schritt näher. Ich bin bewaffnet. Haben Sie Ihre Gartenschere dabei? Woher weiß er das alles? Spielt keine Rolle. Unser Flug ist in zwei Stunden. Ich mach ihn fertig. Keine gute Idee. Biete ihm Geld an. Biete ihm Geld an. Sehr gut. Ich biete ein blaues Auge an. Wollen Sie mithalten? Jetzt reicht es. Hände über den Kopf. Lass den Quartier... Schade. Schade. Eigentlich hätte ich noch einen Moment warten sollen. Vielleicht hätten Sie sich dann einen neuen Anzug kaufen müssen, Malone. Der Kerl ist abgehauen. Das ist Ihre Schuld. Wir haben die Frau. Das genügt. Männer kommen nicht weit ohne die Frau. Nicht wahr? Ha, ha, ha. Darüber kann ich nicht lachen. Erzählen Sie mir, was eigentlich los ist. Diese Frau ist im Fundbüro, hat mich herbestellt. Ich habe sie angerufen und ihr gesagt, dass sie die Polizei verständigen soll. Den Rest wird Ihnen diese Frau hier erzählen. Anja. So heißen Sie doch. Mist. Aha. Ist das alles. Und deswegen bin ich hierher gekommen. Und habe meine Dienstwaffe benutzt. Ja, Felix hat seine Freundin umgebracht. Sie hatten Streit. Ich war in ihn verliebt. Ich bin es heute noch. Er erzählte mir von dem blinden Onkel in Kanada. Und dass von ihm Geld zu holen sei. Ich entschloss mich, in die Haut seiner toten Freundin zu schlüpfen. Zu schlüpfen? Ganz schön unappetitlich. Sie sagten all Ihren Bekannten und Freunden, dass Sie nach Australien auswandern. Weshalb aber haben Sie Ihre Tasche in dem Garten vergraben? Ein symbolischer Akt. Schließlich habe ich meine Identität begraben, oder? Ich konnte ja nicht ahnen, dass die Tasche ausgegraben wird. Und in den Händen einer Frau landet, die sie kannte. Tja, das nennt man Pech. Und wo ist die Leiche der Frau? Felix hat es mir erst heute gesagt. Dieser Idiot hat die Leiche im Keller des alten Hauses begraben. Im Keller? Ich wiederhole mich zwar nicht gerne, aber habe ich Ihnen nicht schon einmal gesagt, dass Sie ein Hornochse sind? Das reicht, Maloni. Das reicht. Der Mörder wurde wenig später ebenfalls gefasst. Der blinde Onkel aus Kanada erschien zur Gerichtsverhandlung und lernte dort eine Frau kennen, die in einem Fundbüro arbeitete. Die beiden sind später noch öfters zusammengesehen worden. So geht das. Der blinde Onkel aus Kanada erschien zur Gerichtsverhandlung und lernte, die in einem Fundbüro arbeitete.